Wie ist es hier in Dänemark zu sein? Es ist total schön und wir haben echt Spaß. Man kommt mit vielen unterschiedlichen Mannschaften zusammen. Was gefällt euch bei dem Turnier hier? Ich glaube einfach, dass man gegen verschiedene Nationen spielt, dass man so viele Leute kennenlernt. Vor allen Dingen, weil hier sind so viele Leute und es ist einfach eine schöne Sache hier. Ich glaube auch, dass man die Chance hat, auch einfach so zu sehen, wie unterschiedliche Länder den Handball interpretieren und das umsetzen. Was ist das beste Erlebnis? Ich finde einfach, wie vor allen Dingen unser Verein sich gegenseitig unterstützt und auch wie andere Vereine anfeuern, genauso wie andere Vereine uns auch anfeuern. Genau. Und dann spielt ihr auch gegen eine Mannschaft, die euch nicht kennen? Wie ist das? Also ich finde es total schön eigentlich. Ja. Und vor allen Dingen am Ende, man merkt einfach, dass sich hier vielleicht auch neue Freundschaften bilden oder dass man einfach viele neue Nationen kennenlernt. Und das ist einfach ein schönes Gefühl, eine schöne Erfahrung. Und dadurch, dass man diese Fotos macht, ist es halt auch so, dass es nicht nur dieses auf Sieg ist, sondern auch, dass man Spaß hat. Und dann geht's. 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 Und dann geht's.